Jo, hallo, liebe Leute, äh, wir machen gleich weiter mit Black Ops 2. Ich hab wieder den Super Jake LP bei mir. Den RHZZ Super Jake LP, meine Güte. Das ist... Äh, ja, das ist nur der Klantag, aber dein richtiger Name ist ja Super Jake LP, auch bei YouTube. Ja, bei mir steht auch Super Jake, nur... Ja, ich bin total behindert. Aber ich wollt grad sagen, das LP fehlt da dir hinten. Ich war heiß. Okay, dann starte mal. Aber ich lasse mich überraschen, was du auswählst. Ja, was denkst denn du? Wir haben... Wenn ich es finde, suchen und zerstören, wie die... Wie ich verstanden hab, Fans es wollten. Aber... Nein... Naja, das machen wir bei Black Ops 2. Äh, Quatsch, äh, bei MW3, aber Black Ops 2 ist auch in Ordnung. So, ich hab auch grad die schöne FHL drin. Die... Hab ich gerade so... Entdeckt. Hallo, geht's dir gut? Naja, ich hab... Ja, ich muss noch ein bisschen Hust schlucken. Ja, ich hab ne ganz normale M27, ne PDW, ne Hammer, ne MP7, ne DSR50 und nichts anderes mehr. Hm. So, irgendwie wollen alle Plaza. Ich enthalte mich mal der Auswahl. Und Leute, das kommt aus meiner Sicht auch raus. Das hat beim anderen Video leider nicht geklappt, wie ich es wollte. Da hatte ich Probleme bei. Okay. Irgendwie. Ja, da gab's zu viel Gedusel und dann hat er's hochgeladen, bevor ich überhaupt fertig war. Ja, müssen ein bisschen schneller sein. Ja, bisschen schneller, komm ich. Ich hab Internet lahmer als ne Sau. Ja, also mit Upload. Mein Internet ist langsamer als deins. Upload. Klar, kapische, uploader. Mein Freund D. Ich verstehe das, aber du hast immer noch einen größeren Upload als ich. Ne, ich hab 1K Upload. Eigentlich solltest du 6.000er haben. Oder wie? Ne. Ich hab 16.000 Download und 1K Upload. Also. Shit. So, mal hoffen, dass mich hier gerade keiner erwischt. Ich leg mal die Sprengladung. Zack. So. Och, ne. Da passiert mir was Schönes. Ich guck dir gerade zu, mein Freund. Bist du tot? Ja. Du bist... Ja, du bist der vorletzte Überlebende. Ja, da ist wirklich auch noch jemand, der versteht... Äh, der... Der macht diesen einen und... Ah, fuck, ey. Ja, du schießt ja nie. Du... Du hast ne Fall und kannst damit nicht gewinnen. Äh, doch. Jetzt hat er meine Waffe genommen. Siehste? Du vergackst aber mächtig. Äh, ja, ich hab auch ne kaputte Maus. Musst du noch bedenken. Ach, ja, das... Kaufe dir mal ne Maus. Kaufe dir ne... Kaufe dir ne Maus von den Einnahmen hier. Außerdem, ich würde dir... Ich würde dir keine Fall vorschlagen. Nimm lieber ne M27 oder ne PDW. Mit der PDW kriegst du auch richtig viel hin. Vor allem, wenn man, äh, Leichtgewicht hat und, ähm, Totenstille. Ja, aber Black Ops 2, du... Ich find irgendwie, dass... Naja. Ich bin noch sehr unentschlossen, was Black Ops 2 angeht. So, der Jake macht das jetzt hier. Bam. Äh, hast du... Den Sprengsatz? Ne, das ist Negra. Ne. Alter, Membersuche. Alter, ne, der stellt sich hinter diesen bescheuerten... Bescheuerten Schild. Ich hab mich da aus Versehen auf dem Bombenplatz draufgelegt. Oh Gott. Hier ist es irgendwie richtig blöd, dass man, wenn man sich hinlegen will, während des Rennens, dass man sich dann richtig hinschmeißt. Das nennt sich Dolphin Dive. Öh, wer redet da? Keine Ahnung. Ich stell mir alle Spieler stumm. Nö, ich lass mal, ist mir egal. Die Lappen haben eh nur witzige Scheiß zu sagen. So, jetzt hab ich die Bombe. Supi. Dann platziere die, ganz schnell. Mache ich auf A aber erst. Okay, ich hab nur eine Schockladung. So. Ich sag dir, du sollst auf A platzieren. Ja, aber ich... Naja, ich... Ich... Sichere erstmal die Umgebung. Oh, Membersuche geht mir so auf die Eier. Membersuche? Ja. Sprich mal klar, äh, klartext. Diese hinlegen, Ups, ey. Weißt du, ich... Ich... Ich, äh... Ich geh grad los, ich schieß auf den und was passiert, er legt sich hin. Ja. Der hat alle gemessert. Also beim Messern kommt man immer sehr wenig an. Er ist erledigt. Ja. Hast du das gerade gerufen? Nee. Nee. Das klang so, als wenn du das gerufen hast. Das ist im Spiel, mein Freund. Ich weiß. Das klang aber gerade so echt. Oh Gott. Also ich... Ich hasse solche hinlegen, Ups. Was hältst du davon, Großmaul? Ich mag die ehrlichste Statt auch nicht, weil man da so verdammt schnell vorbeischießt. Nee, also... Selbst wenn du erweitertes Magazin hast, es ist wirklich das Problem, dass ich... Äh, die... Dass du schießt, und dann legt der sich einfach im... Im Rennen hin und... Man schafft's einfach nicht, den zu treffen. Da hat man gleich meistens sofort verloren. Weil man's einfach... Ja, das Problem kenn ich auch. Weil man's einfach nicht schafft. Ja, ich seh hier gerade, hier sind irgendwelche Gegner. Ich will die auch lokalisieren. Also lokalisiert hab ich die schon, nur die sind nicht mehr da. So. Alter. Ja, ich hab die, äh... Das EOTech-Visier. Oh! Wir sind nur noch zu dritt. Achtung! Feindliche Kontradrohne ist aktiv. Ich hab da einen von hinten... Ja, die durch die Wand. Ich hab da einen von hinten erwartet, aber... Ja. Der hat dich hier... Der hat sich auch noch Zeit gelassen, Alter. Der hat dich noch nicht mal getroffen. Das ist der Witz dran. Ja. Ja. Puntelimite erreicht. So schnell ist das vorbei. Ja. Wir sind sowas von schlecht. Ja. Unser Team ist schlecht. Hä? Wir sind nur zu dritt? Alter! Ja, da ist der Witz dran. Die sind alle gegangen. Die sind alle während der Zeit so derbst abgehauen, dass ich wirklich keine Chance hatte, da irgendwie noch meine... Also ich krieg jetzt zumindest noch EP, weil ich das Match-Up geschlossen hab. Toll. Ja. Und für alle, die sich fragen, ich nehm jetzt auch mit DxTory auf. Nicht mit FURPS. Neues Experiment. Weil ich hab mit DxTory, da hab ich das Problem, dass es bei manchen Games einfach nur ruckelt. Deswegen, ähm... Als da die... Ja, DanteLP und SuperjackLP bei mir waren, da haben wir die Videos auch ein bisschen gelegt. Und das lag auch daran, dass ich damit DxTory auch genommen hab. Und da hab ich das erstmal gelassen. Jetzt will ich's mal wieder ausprobieren. Und bei Black Ops 2 scheint das gut zu funktionieren. Dafür ist es dann bei... FURPS Asynchron. Ist klar. Äh, ne, bei Black Ops 2. Ich verspreche mich. Ja, mein Freund. Aber jetzt, Comic. Streng dich an und mach mal was. Schon wieder Plaza. Plaza ist ne gute Map, versuchen und zerstören. Okay. Und, Leute, jetzt mal ne Durchfrage. Schreibt eure... Schreibt eure Lieblings-Map hier rein. Ja. Unter die... Und, wisst ihr... Äh... Macht das mal. Macht das mal. Unter beiden Videos. Ja. Und, Leute, sorry für diesen kleinen Störer. Hier hat gerade einer meiner Kumpels gerade genervt. Und, wisst ihr... Wisst ihr... Hm? Was sollst du sagen? Äh... Einer meiner Kumpels aus meiner Liste hat gerade... mir eine Nachricht geschickt. Ich... 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 Der, ja. Ihr habt es bestimmt gehört. Sorry dafür. Die wissen meist nicht, dass ich aufnehme. Die sind meist ein bisschen dumm, ein bisschen beschränkt, ein bisschen behindert. Es ist klar, es sind Freunde. Also... Nicht aufregen. Klar. Du bist tot, hab ich gesehen. Also, falls es hier solche Lab-Einbrüche geben sollte, was... Wie das eben gerade war, ich entschuldige mich dafür. Das liegt an Dirk's Terry. So ein Scheiß-Camper. So ein Scheiß-Camper. Und der läuft auch noch mit meiner Waffe rum. Der hat mit meiner Waffe. Ja, ich... Ich versuche gerade... Alter, das ist meine Waffe. Meine Waffe. Scheiße. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe eine Blänge genommen müssen. Ich nehme einfach mal eine andere Waffe. Zum Glück habe ich ja eine zweite Sekundärwaffe. Aber Bagandam ist da. Nein! Nein! Den habe ich doch gerade gesehen. Dieser Camper! Ach, nee! Scheiße! So. Kannst du mir mal einen Tipp geben, wo noch einer ist? Ja. Wo... Tipp... Was weiß ich. Ich sehe die Gegner nicht. Wenn du aber die Teamkameraden siehst und wo du dadurch gekillt werden, dann... Hörst du das. Ja! Wir haben gewonnen! Ja, du Lappen. Du... Du kannst dich darüber freuen, dass du gewonnen hast. Lade nach! WTF! Oh! Alter! Der ist gut! Der ist gut, der Bro! Ballwe, Realschule, Ballwe! Leon, Kater, Mellon, 58802, Ballwe, Realschule, Ballwe. Was? Hä? Also, wir scheinen sich hier zu kommunizieren. NRW. Nein! Schon wieder dieser Typ. Der macht mich einfach nur platt. Der macht mich einfach nur fertig, der Typ. Äh... Alter! Ich hätte die fast in der Falle gelockt. You are on YouTube. Was? Wer? Leute! Die schreiben mir gerade, dass sie nicht hier Geheimnisse rauslassen. Was für... Oh, fuck you, R-H-Z-Z. Okay, fuck you, R-H-Z-Z. Ich hab ja gerade was leuchten gesehen, aber es war mal ein Visier. Ich schreib lieber nichts, Leute, denn wenn ich einmal anfange, ihn richtig beleidigend hier rumzuschreiben, dann wird das Video nie rauskommen. Warum? Weil ich so derbe Beleidigungen zusammen tue, dass sogar der gute Amaterasu, falls ihr ihn aus meinen Videos kennt, dass sogar der gute Amaterasu sich ein... Der sich in deinen Videos verdrückt hat. Der nicht dabei war. Er hat sich nicht verdrückt, er ist einfach nur dumm, er hat scheiß Internet, also... Record on YouTube, Faggot. Was soll der Scheiß, wirklich? Warum? Was haben die denn? So komische... Ich hab grad nicht gesehen, was da stand. Ja, irgendwas mit Record on YouTube, Faggot. Also, nimm auf YouTube auf, Schwuchtel. Sorry, Leute, die wissen nicht, dass ich aufnehme. Und ich auch nicht. 1-1-Faggot, Typ Idiot, Bitch. Okay. Also, mich schreibt wirklich jeder an, weil er mit mir irgendwie zocken will. Leute, das ist nicht nett. So, die S-Mine hab ich anscheinend nicht weit genug geworfen. Nein, der ist hinter mir, der Typ. So. Was für ein Shotgun-Moop. Was für ein Shotgun-Moop. Den hab ich gar nicht mehr gesehen. Der war grad drauf. Der Pompenträger hat's erwischt. Okay. So, Leute. Das ist offiziell die schlechteste Ronde, die ich jemals hatte. Selbst mit meinen R-H-Z-Kumpels bin ich irgendwie...